ja willkommen mein name ist dann über die ort ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of xylia 2 in der letzten folge haben wir geld gesammelt wie ein bekloppt da und gegenstände und elementar ärzte und was weiß ich weil wir voll in schulden stecken und wir müssen immer noch was bezahlen und das geht mir so oft auf den senkel jedenfalls wir sind jetzt gerade dabei eine quest abzugeben für ein mädchen und die suchen wir jetzt mal da ist sie okay das ging schnell das war nicht mehr was wir haben aber was für wunderschöne federn jetzt kann ich endlich machen was ich schon die ganze zeit vor hatte bist du hier bist du dir verwenden um deinen vater ein geschenk zu machen hä woher weißt du das wer hat dir das gesagt nun du hast es in der stellenausschreibung geschrieben oh nun ja stimmt habe ich wohl ich werde etwas klebe drauf tun und einen warmschal daraus machen oh ich habe auch etwas aus federn für meinen vater gemacht hey die federn waren meine idee du kannst das nicht einfach nachmachen ich mache das nicht nach ich habe ihnen aus federn eine maske gebastelt eine maske was war eine komische idee das ist gar keine komische idee mein vater gefällt sie das ist wirklich komisch federn tränen keine masken das ist nicht komisch sie doch mal sie dich doch mal um siehst du hier irgendjemand mit einer maske siehst du was ich meine dein vater ist komisch ist gar nicht komisch mein vater ist nicht komisch hey also lasst uns einfach ich meine in der schule habe ich mein vater tausende von masken gebastelt und er hat jede einzelne von gott tragen stimmt gut gar wo soll ich denn das wissen ja nun mein vater hat auch mal eine maske zu einem festival getragen siehst du mein vater ist nicht komisch woher kannst du woher kennst du die beiden typen eigentlich ach die not count schut das sind einfach nur zwei komische kerle was naja schön fehler bestätigung des mädchens ich dachte dass el kann uns irgendwie leiden also gut gehen wir das mal ab und dann bekommen wir glaube ich als mütze was ich mal hoffe ist irgendwie ein dingens ein ausrüstungsgegenstand also nicht ausrüstung aber was es war oder so ja so aus gut frisur ludger sehr schön so gut frisuren aber gar nicht zwei von ihnen aus ist natürlich irgendwie blöd noch mal mit dem typen möchte ich das nicht unbedingt aufsitzenden komisch aus so haben wir irgendwann nur ich will das haben dann müssen wir jetzt machen teile ein teiler schulden ab ich möchte mal zu dingens gehen zur anderen stadt falls überhaupt können jetzt steht da gleich ja wir können ja nicht weiter möchte letztes nicht ganz durchgegangen bin okay was passiert wenn ich dir jetzt passiert wenn ich die was nein du kriegst nicht mehr als du haben willst was passiert jetzt sobald deine rückzahlung geleistet wird dein nächstes ziel angezeigt wenn du willst kannst du an der stelle die haupthandlung fortsetzung du kannst deine schulden weiter abbezahlen auch wenn du mit der haupthandlung fortfährst wenn du also weiterhin so viel wie möglich zurückzahlt passiert passiert bestimmt etwas gutes okay ich werde also nicht direkt prompt weiter in der story vorgeschoben oder irgend so hat hat irgendwie so ein typo gesicht an ihren hut gab okay ich wollte schon sagen so fahr mit dem zug nach hause so was möchte ich aber nur wissen was da hinten mit elementar jetzt mal sechs können wir schon dahin ich möchte mich nur für gewisse an wahrscheinlich habe ich ja vollkommen umsonsten ja okay trank des lebens geil die wohnsiedlung ist da nicht ist da ich darum wo wir herkommen die weg ich brauche keine fehler mehr ich brauche einen titel dieses holz dingen damit ich weitermachen kann elementar erz bei der folge fähigkeiten fahren später augen wieder so einfach wird ich habe irgendwie so keine ahnung wo die dinger zu nachguckt und keine ahnung vielleicht sagt ja irgendwie dass wir so ein ding vielleicht geht ja bald irgendwie so ein zehnstelligen bereich oder so noch mal her ich glaube dann kriege ich eine manne hatte mich hatte mich sehr schön und so brauche ich wieder weil mit dem ist doch besser elementar erz kann ja irgendwann flüchten sehr gut so sieht also sein aus ein bisschen ein bisschen wehtun es auch gut da meinte ja weil irgendwie angeschlagen war so dann ali und kugel ok da kommen gar keine doch da kommen wohl neue dazu und die kosten dann irgendwie mehr oder was ja du holst sie mal das hier weil die wirklichkeit das ist sehr gut für dich und du nimmst ja versprochen brauche ich nicht so du nimmst oder das hier aha man kann er mit tröpfchen noch mal lernen erholung zum vitalität das ist jetzt nicht so gut im moment intelligenz brauche glaube ich nicht du nimmst jetzt tröpfchen und du nimmst ja prise so und ich kann nicht da in mein gott bin ich blöde mein gott bin ich blöd was du jetzt eigentlich was gelernt ich habe es voll irgendwie hat was ja handflächenschlag jetzt genau kp gewinnen ah ok da wird direkt mal gezeigt sehr gut 10 kp zauberschutz natürlich von alleine aktivieren aber ich kann mir nichts leisten deswegen lassen wir erst mal so wie es ist es bleibt so wie es ist dann machen wir weiter mit der story war mit dem zug nach hause ok eine kann ich noch nicht machen die eine fest also habe ich keine andere wahl sinnlos zeit verschwenden kann ich jetzt eigentlich wieder nächste zahlung okay ich kann schon wieder sachen kann schon wieder locker gleich wieder bezahlen sehr schön haben wir gucken wie sich da hat alles ergibt elementar hat aber ich dann nicht zu überpowered seien doch möchte ich naja ich kann mir nicht vorstellen über port wird irgendwann und hier viel rein oder so das war sehr viel schwieriger im ersten teil ich bin da gerade am spielen deswegen weiß ich das deswegen habe ich so einen direkten vergleich auch das war die höchste schwierigkeit gerade aber egal was payback time ja kriegt schon mal die öfter mein ganzes geld mein ganzes geld ich will es wieder haben dann weiß ich nicht kaufen wir uns mal hier irgendwas irgendwie kein geld ausgeben ich bin auch stark genug wahrscheinlich dann kommt irgendwann im nächsten art so ein gebiet wo ich voll auf die nase bekommen egal nachher hier sagt schweigler v bahnhof gehen wir mal ein ja sehr schön du kannst die karte drückst das sternchen sowohl markiert als ziel im hauptkapitel der geschichte die symbole stern und ausrufezeichen liegen allerdings manchmal an höheren orten also wenn du sie nicht gleich finden kannst versucht die höhe karte mit dem rechner luxig anzupassen hier sind wir wieder hier sehr schön die show wird erleichterung tröstlich hast du gute erinnerungen an diese stadt ich habe sicherlich vivides walds das ist wo wir kamen wenn wir erst auf olympias alles über Triglef überrascht hat mich wie was hm naja für eine Sache wir kämpften auf einem anderen flammes existenten wenn ein rift öffnete und wir wurden in den was was next thing i remember i was waking up in a bed surrounded by objects i'd never seen before i was surprised by well how much there was to be surprised by what surprises me is how happy you look when you're telling that story sehr schön ja wenn ihr wirst aber jude alles schon erlebt hat das wahrscheinlich hier nur so ein kleiner kindergeburtstag für den macht wir bis jetzt machen sehr schön und was muss ich überhaupt machen ich bin noch zu hause oder ist da irgendwas ich kann mich wahrscheinlich neben auftritt einfach nur so angenommen werden müssen die sind wahrscheinlich irgendwo auf der karte und so von irgendwelchen random leuten die wir begegnen anzunehmen mein gott was für einen satz ob ihr überhaupt grammatisch richtig war ja also das sieht doch irgendwie verdächtig aus haben wir hier irgendwas nö ok wohngegend ach da hätte ich auch hinlaufen können ja super das ist auch hier haben wir jude getroffen das weiß ich hier war ich schon mal da ist eine gewisse truhe ach da ist auch wieder so ein monster dingen was mal gehen obwohl da ist wahrscheinlich wahrscheinlich die quest weiter die dagegen erstmal nach hause soll jetzt natürlich auch ja okay dann gehe ich wahrscheinlich da auch nicht hin mit sein zu hause ich glaube mich hat der julius da auf uns wartet warte mal da wohne ich gar nicht wo wohne ich noch mal was das was schöne federn ok ja wo wohne ich noch mal ich glaube hier weil das ein raum ok ich habe verschlossen offen weiß niemand zu hause oder es macht keinen schwein auf weil es irgendwie unnötig ist in anderen boden einzubeichten was mich natürlich nicht davon abhält ja hier kann man nirgends wo rein ok da wohne ich oben ich glaube ich wohne oben oder ich spreche machen weil wer weiß was alles passiert sind jetzt schon wieder 237 tut sich doch nicht um ändern ich vergaß ach nee stimmt ja ist egal nur fünf so ja haben wir ja auch ja schon hat sich meine uhr schon wieder umgeendet die hauptgeschichte fortsetzen ja komm das ist meinst obwohl ich derzeit eher eine art schmarotzer bin ja komm sagen wir das mal alles geht in die binsen ok die katze hat hunger was niemand macht wird sie über tomaten ja komm da ist ein kind das muss wachsen sei nicht so wählerisch tomaten sind lecker die grüßen jetzt kochen mit die spiele kommt nicht noch gefehlt die katze frisst das gut und specken der typ song koch oder irgendwie so ich fühle mich, wie ich in einem Restaurant zu essen hey, du kochst so gut wie mein Vater sprichst du dein Vater, El, kennst du, wo er ist? nein, einige schreckliche Leute kamen zu unserem Haus ich bin selbst weggeflogen das ist, warum gehe ich ins Land der Kanan also bei jetzt kommt der auch noch wartet der war auf unserer Seite und will sie mich verarschen so Teufel, wie sieht der denn aus? was ist das? was ist das alles? du hast nicht die Nachdenken die Nachdenken neue Details wurden über die Terror-Attack während der ein train wurde und dann in die Oskar-Plante die Collision hat eine riesige Explosion die durch die Facilität mehr als 2,000 Besucher wurden beobachtet, wie die Passagiere und die Anwohner zusammen Schmerzen sind zu über 10 Billionen Gold und die Experten sagen einen finalen Kosten von mindestens 50 Billionen die Anwohner haben den beobachten hinter dem Anwohner ein Anwohner von Spirius Corporation ein Julius Krasnick aber Julius könnte nicht haben die Tats-Office mit ihren schlecht gezeichneten Plakaten die Polizei glaubt, dass Krasnick nicht selbst sie unterscheiden Personen von Interesse zurück sind wir dieses Mal nicht gesucht was ist das da? hey, me and Luger had nothing to do with those kreaks so the suspect's man just happened to start his job at the station on the day of the attack then he vanished with the suspect Coincidence come on, you gotta believe it if you're telling the truth then prove it warum hängt er die Bons auf? then the facts are sure to come to light what? but the scary glasses guy is alive and at large he contacted the CEO's GHS several hours ago huh? he's one of my top agents and far too skilled to fall into police custody around his little brother on the other hand he just might let his guard down well Luger, what do you say? if you agree to catch him I'll at least keep the police from getting in your way I don't know I see then perhaps I should hand you over to the authorities right now and save myself the trouble Warte! Mach die falsche Entscheidung hier, und es kann dein Leben verletzen, Rad. Ah! Luger! Als jetzt bist du unter Spirius Corporations-Protection. We have a pair of promising leads first your brother made contact with the researcher in Helioborg named Valen come ever can't force is alleged someone in Marksburg has been asking a lot of questions about Julius so you want us to check out Helioborg in Marksburg is that it it's a long story hey why are you going to through all this trouble I know the surface of this man that is not enough now I must measure his depth what what we are going to get in the chapter here you are ready to go and bring something about Julius in experience to bring but Lutka must first a part of his money back to his journey back to his journey why the cat Ivan and I I never imagined that would be how I'd run into Ivan again I don't even know that freak why does he drop down on people like that yeah sorry about that how can you laugh about it Luger he knocked you on your butt like he was nothing he was a very skilled warrior as Maxwell's handmaid he had to be Maxwell's handmaid it's kind of a long story I see sounds complicated yeah yeah it shouldn't have been but it was even though we both wanted the same thing yeah yeah my kaktus sieht doch irgendwie verdächtig aus ich komme da gar nicht durch was zum so dann hier in wenn wir die plakate nochmal anschauen ich habe mich noch gar nicht in dem zimmer umgeschaut ist mir gerade so eingefallen man ich war ich einen moment lang vor hat man nicht die hauptcharaktere irgendwie mit so plakaten gesucht werden und dann zögert er ja zeigte ihr das nächste plakat ey und ja darf doch nicht wahr sein umhangen ok cool prüfen Pyjama Ludger was Judas würde ihm was erzählen wenn er ihnen diese aufmachung sehe ich habe ein Kostüm Schreibfehler in dem Bett kann ich mich glaube ich ausruhen kann ich aber machen vielleicht passiert da was anscheinend nicht sehr schön so mal prüfen ok so ich kann mir jetzt echt Pyjamas anziehen ok ja ok sieht jetzt nicht so schlimm aus auch mal in unserem Pyjamas durch die Gegend Tür ist verschlossen dann treten wir sie auf hallo mal kleppen durchs Fenster rein was weiß ich so ich muss immer noch einen Teil meiner Schulden abbezahlen jetzt wird sich wahrscheinlich nur noch die ganze Zeit so hinaus ziehen weiß nicht gefällt mir irgendwie weiß auch nicht weiß ich noch nicht mal wieso mir hat gefällt aber irgendwie gefällt mir das so quest bezogene spiele irgendwie oder irgendwie sowas aber du hast einen geilen Hut den will ich haben du hast einen geilen Hut den will ich haben du hast einen geilen Hut den will ich haben du hast einen geilen Hut den will ich haben wie verweigend hi hi ich bin die kitty cat ok ich bin hier mit 100 meiner liebenden Katzen aber ich habe nicht auf meinen Faden wie sie sagen wir gehen wir gehen ein bisschen wir gehen ein bisschen Katzen wie ja aber während der die sie alle aus der die sind ich werde nicht warte es wird alles gut kann ich dich bitte du kannst du mich zu finden meine Kinder ich werde immer so glücklich sie mit Rolo sie mit Rolo alle ebenso eine Datenbauer sie 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 wenn du auf deinen reisen eine entlaufende katze finden ist dann du das einzig richtige empfangen sie ein hast du alle 100 eingefangen passiert bestimmt was katastrophal tolles weißt du was der katzenkrieg wurde freigeschaltet du kannst die katzen die du auf der ganzen welt findet mit dem katzengerät losschicken um dir objekte zu suchen es gibt im spiel objekte die nur durch den katzenkrieg sind also versuch es doch mal hier ist doch noch eine carol gefangen die wollte sie nicht sehen was zum teuer machst du in ihr kieselstein ach so die hast du uns nämlich mal angegeben war nur die ausdrücken die man euch gegeben hat und er legt euren job ich meine ihr werdet niemals so gut sein wie ich aber ihr wisst schon ihr wisst ich ja schon ich habe neue waffen bekommen das alles hat was ich weiß sehr schön und ich habe einen neuen ding eine neue kugel kieselstein erde wasser wind und licht so was haben wir denn geschicklichkeit und rüstungszermalma servoschlag geschicklichkeit und morgen licht morgen nicht das ist eine neue attacke aus dem ersten teil noch nicht erwarten wir erstmal das war dann in die katzen jetzt über allem spiel verteilt ich dachte naja ja manchmal wird auf der karte angezeigt so muss ich mir zum abgeben er hat geschoss hat sie gesagt ihr da muss mir noch mal nach dies wahrscheinlich hier im raum ne ja schon ich habe eine katze gefunden nein sagt man nicht die laufen mir alle umso wie in kingdom hearts mit den martin an ich helfe mir auf der stelle ich muss alle meine katze wieder finden sie sind mir gelaufen wenn eine katze nähe jetzt könnt ihr sie miauen hören macht es wie eine katze stellt die ohren auf und macht euch miau auf die suche ich dachte man kann die irgendwie so los schicken wie funktioniert so das normal wahrscheinlich brauche ich doch erstmal ein paar wenn jetzt mal raus gucken wir mal ob wir einige dinge schon abgeben können hier für diese schuldeneinzahlung und dann ja weil sie nicht als nächstes machen zahlanteil einer schulden aber könnte eigentlich schon längst machen ja hallöchen was jetzt zugriff auf elite monster infos elite monster sind mächtige westchen die auf der ganzen welt umherstreifen die auftragswöse wird dich für ihre eliminierung großzügig entlohnen wenn du sie besiehst kannst du sehr schnell sehr reich werden ich habe ihn gesehen ehrlich einen riesigen skampion der lila leuchtet ich bin erledigt er wird mir den stachel des tors versetzen ok dann kann ich mich annehmen habe ich fünf gerade zum magnetismus schon wieder habe ich denn nicht schon nach da oben sicher punkte irgendwie für den titel katzenforschung magentismus habe ich doch schon nur noch ein bisschen mehr dann habe ich 300 gramm ok verrottete blätter ja ich habe da die erde zu pflücken aber sie braucht mehr nährstoff sonst wird meine ernte eingehen samen habe ich nix 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 schöne federn brauche ich irgendwie wat schatzjägerin sonnenstrahl mysteriöse maske party rot kitty krips kitty krisps aber ludkatschut ich weiß nicht immer das mal einfach der tür und holzmarke jetzt kann ich das ding annehmen warte mal ne holz abzeichen verdammt also wir müssen im nächsten part schon wieder hier questen erledigen ja was haben wir in ihr ich habe etwas was ich ein einem objektklam verkaufen wollte aber die wollen es nicht wird jetzt gegen etwas gegerbtes leder eintauschen steht nur mal weil ich mal ach so da ok tun wir davon annehmen ist auftrat nicht möglich erfolgt der titel nicht erworben kitty katz meine katze susie wurde gesehen sie liebt zügig auf sie geht dem bahnhof angestellt nicht auf die nerven aber ich mache mir sorgen 3 ok rubies halsband meine katze wurde gesehen und ich war in richtung westen sie treibt sich zwischen felsen um such sie bitte alles höhenstraße ok mein kater luke wurde gesehen immer hohe orte und ist etwas langsam und etwas pflege könnte er wohl auch mal wieder gebrauchen ein moment mal du war okay nehmen wir erstmal an warte mal luke karl hat den kurier auch also der katzen rier kannst du objekte erhalten den du katzen an einem bestimmten ort schicks mehr katzen für dich arbeiten desto besser sind deine chance objekte zu halten du kannst auch ein reise objekt bereitstellen und einen chancen zu erhöhen lauter an denen du schon einmal katzen gefangen hast werden registriert wenn du katzen an diesem ort schicks der katzengerät bietet vielerlei vorteile kannst du zum beispiel objekte halten die du nirgendwo sonst bekommst sowie neue katzen für eine truppe es gibt außerdem tägliche boni für jeden tag der woche da ist es eine gute idee den jeden tag mit deinen katzen zu spielen okay ich habe keinen hat mal ruby susus sind alles namen von tales of charakteren wie auch immer nächste zahlung 7000 was warum auf 7000 man da nicht gerade 5000 aber weiß was ich gehe jetzt mal ihren speicherungen suchen und beendet im part erst mal da na gut dann würde ich sagen das wird sich noch ein bisschen so ziehen der nächsten folge werden wir uns dann um die ganze mission kümmern würde ich sagen also dann sage ich mal wir sehen uns in der nächsten folge von let's play taste of cilia 2 ich bedanke mich alle zuschauen und sage tschüss